Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heavy-Trader-Freunde von unserem Trader-Floor in Frankfurt und wir haben mit dem Dienstag den zweiten Tag im März, das heißt der Auftakt in den neuen Monat, in den großen Verfallsmonat ist durch und mit dem zweiten Tag kann man natürlich schon sozusagen diese Flow-In-Geldgeschichte wieder ein bisschen beruhigt, das heißt das Kapital, was gestern reingeflossen ist, hat sich jetzt ein bisschen gesetzt. Neues zusätzliches haben wir bisher in dem Ausmaß nicht gesehen. Wir haben zwar einige Zahlen in den Indizes gesehen, aber wir haben eben da nur sehr untergeordnete Reaktionen. Wenn wir das mal so nehmen, dann haben wir hier Morphosis zum Beispiel mit Zahlen gehabt. Wir haben HelloFresh-Zoom nachbörslich in Amerika und die Kion im MDAX, die allerdings relativ gute Zahlen gebracht hat. Also hier wurde schon ganz ordentlich draufgelegt und das ist eigentlich nicht so ungewöhnlich. Jung Heinrich zum Beispiel hat davon auch profitiert, weil gerade die Industriewerte in den letzten Wochen stärker geworden sind. Old Economy war ja gefragt und insofern antizipieren die eine Prognose für das Jahr 2021 stärker, als das mittlerweile die Tech-Werte tun. Und wir sehen das nicht nur in der Branche, wir sehen das auch in anderen Branchen, wie zum Beispiel auch der Bankenbranche, mit der wir uns heute Nachmittag um 14.15 Uhr in der Sendung Zertifikate Trade des Tages noch einmal beschäftigen werden. Und zwar nicht nur mit den europäischen Banken, wo sich zwar auch schon ein bisschen was tut, die Deutsche Bank gehört zu den besten DAX-Werten seit Jahresanfang, hat auch im letzten Jahr schon ganz gut performt, sondern wir gucken uns auch natürlich die amerikanischen Werte an, weil sich da nämlich noch mehr getan hat. Insbesondere bei den DAX-Werten JP Morgan und Goldman Sachs. Aber es gibt eben noch andere Bankenaktien, die sogar noch ein bisschen da hinten zurückgeblieben sind. Und deshalb werden wir uns heute Nachmittag die etwas genauer anschauen. Gehen wir mal in die Charts rein. Wir haben hier mitgebracht den KBW Nasdaq Bankenindex. Der ist von einer Investmentgesellschaft zusammengestellt worden, die heißt Keith Bruchette & Woods, deshalb GBW. Und startete vor gut 30 Jahren mit 250 Punkten. Das heißt also, wir sind jetzt hier nach 30 Jahren und natürlich auch einer kleinen Reform in dem Index jetzt wieder an dem Hochpunkt, den wir schon vor 15 Jahren, nämlich vor der Bankenkrise hatten, wie wir im Chart sehen. Und das ist ein interessanter Punkt, weil der Index hier durchaus, wenn er eben über diese Linie, diese Hürde drüber gehen würde, nach 15 Jahren richtig viel Potenzial hätte. Und da sind 24 Bankaktien drin, unter anderem solche wie die Citigroup, wie JP Morgan und Wells Fargo und natürlich auch die Aktie, um die es heute Nachmittag auch gehen wird, nämlich unseren Zertifikate Trade des Tages, die Bank of America. Denn die hat, wie man hier an der Chartlinie sieht, auch bereits den Abwärtstrend von vor 15 Jahren nach oben durchbrochen. Und das bedeutet, dass da wesentlich mehr nach oben auch kommen wird. Wir sehen ja die Potenziale von vor 15 Jahren. Da hat die Aktie bei knapp 50 Dollar gehandelt. Aber wir werden uns mal anschauen, wie sukzessive die heute dann, vor allem im März, dann natürlich handeln wird, wo sie dann hingehen könnte, weil ja auch Trends mit dem großen Terminverfall meistens in der Form, in der sie dann laufen, verstetigt werden. Das war es mal aus charttechnischer Sicht. Wir haben natürlich hier auch ein Zertifikat uns schon rausgesucht, nämlich eins von Morgan Stanley mit der Kennnummer MA3PX0. Das hat den Hebel 3,57 und eine Knockout-Schwelle von 26,14 Dollar. Also sehr bequem entfernt von dem aktuellen Kurs von knapp 35,80 Dollar. Und wenn die Aktie natürlich jetzt hier nach oben durchstartet, das Potenzial abruft, von dem wir vermuten, dass sie alleine schon nur im März hat, dann ist da einiges zu holen bei der Aktie. Und wir werden uns das heute Nachmittag anschauen. Nicht nur die US-Aktien, da gibt es noch einige mehr. Ich habe sie ja gerade auch aus dem Index genannt. Sondern natürlich gucken wir auch nochmal auf europäische Bankaktien. Da sind auch ein paar sehr, sehr interessante dabei. So decken wir das eben heute Nachmittag ab im Zertifikate-Trade des Tages, 14.15 Uhr. Bitte registriert euch unter heavytraders.live und schaut rein, wenn wir uns mit diesen Bankaktien beschäftigen und deren Potenziale uns genau anschauen. Also dann bis heute Nachmittag. Wir freuen uns.